...verlangt eindringen. Für die neuen deutschen Meister Sonja Adalbert Daniele Cabrano wäre es bereits ein Erfolg unter die ersten sechs zu kommen. Insgesamt sind hier neun Paare aus sechs Nationen am Start. Der Wettbewerb beginnt auch gleich mit einem Höhepunkt. Die überraschend Weltmeister und Zweiten der Europameisterschaft 86 E. Katharina Gordeeva Sergej Grinkov. Letztes Jahr sorgten sie auch für Schlagzeilen wegen ihres Größenunterschiedes und wurden als neues Wegwerfpaar tituliert. Doch achten Sie doch mal auf diesen unglaublichen Charme der kleinen Katharina. Es war die Doppelspreishebung, geschwistet, sehr schön ausgeführt. Auch die Kreisschrittsfolge ist ein Muss im Kurzprogramm. Die Kurskür bietet übrigens nicht die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad zu steigern, wie das im Kurzprogramm der Einzelläufer mit dem zweiten Sprung in der Kombination ist. Es muss einfach gut laufen, es darf nichts passieren. Exakte Ausführung, wie hier zum Beispiel bei der gemeinsamen Waageführerte. Todesspirale Rückwärts, außer eher tief in der Hocke. Auch ganz wichtig, was die Ausführung betrifft. Eine Parlau-Piorette, die sogenannte Tscherkesen-Piorette. Ja, mit sehr viel jugendlichem Pepp vorgetragen, mit sehr viel Schwung und sehr viel Charme der kleinen Ekaterina. 1,55 Meter ist die Kurs, mittlerweile 15 Jahre alt und zeigt schon sehr viel Souveränität. Das wird sich auch in der Benotung widerspiegeln. Im Schnitt 5,7 für Ekaterina Goreyeva und Sergej Grinkow. 1,55 Meter. Oh nein! Was? So, das ist ja, ich bin schon einig.